Große Markt in Brüssel, Grande Markt. Für nähere Erklärungen zu den Gebäuden hier wenden Sie sich bitte an den Informationsschalter am Ausgang. Ich weiß nicht einmal, ob das die Kathedrale oder das Rathaus ist. Das könnte das Rathaus sein. Anlehnungen an das Wiener. Und das sind Teilnehmern an dem Saufmarathon.